Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK. Wir spielen ARK Bette Royale auf den DEX-Community-Server. Und ich fall gleich ins Wasser. Äh, Nähr-Taste. Ja, zu spät. Ähm, wo ist die Mitte? Ähm, Redwood wieder wahrscheinlich, dem Mann, da drüben. Äh, wie ihr hört, die Vinci ist mit dabei. Hallo! Wir mussten gerade einen Schnellstart hinlegen, weil wir haben nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell losgeht, aber es ging jetzt super schnell los. Das hörte sich jetzt leicht verwirrend an, aber okay. Etwas finde ich eben. So. Hier drin geht es ganz einfach darum PP. Okay. Jeder gegen jeden. Das heißt also auch ich gegen die Vinci. Da, da ist die Kiste. Hier ist irgendwo eine Kiste. Bei mir auch. Da ist die Kiste. Oh. Jetzt steh ich drauf. Was ist drin? Was ist drin? Oh, okay. Mir ist die Kiste gerade egal, denn wir befinden uns in ein gefährlichem Gebiet. Hui. End doch mal. Na gut, wir schwimmen lieber. Einmal hinlegen. Einmal hinlegen. So. Es kommt nachher eine Zeit, da kann man Dinos anclamen, aber nur die, die in der Nähe einer Person stehen. Und man muss halt versuchen, die besten Dinos zu bekommen, um möglichst lange durchzuhalten. Ja. Wer als letztes noch lebt, hat gewonnen. Last man standing. Juhu, ich kann mal gleiten. Ich wäre mir echt zu doof dazu. Aua. Oder doch. Hä? So, wir werden gleich mal hier runter. Wir werden uns jetzt direkt auf den Weg zum Redwood machen. Ich habe auch schon einen Plan, wo wir hingehen werden. Um an Dinos zu kommen. Ich habe noch gar keinen Plan. Ich habe aber was im Visier, aber... Näh. Ist das so weit oben? Ach, das ist so kacke. Also, Chat haben wir nebenbei an, oder ich habe es zumindest an. Ich hoffe, das ist schlimm. Denn es gibt ab und zu auch mal Infos und... Und die sind wichtig mitzubekommen. Ihr seht, eine Runde geht auch ungefähr 20 Minuten. Ah, ich häng' fest. Das ist nicht gut. Da. Und hier diese Lootboxen könnt ihr sammeln. Ah, ich hab' vielleicht gute Sachen drin. Und im Grunde genommen loodelt man davon immer... Ich bin super viele. Sandy, der Erklärbär. Ja, einer muss sich ja mal bewusst haben. Das sieht man doch alles. Nein, ich erkläre aber auch gerne. Oh, meine Maus ist gerade echt zum... Da ist schon der erste Tod. Toll. Hauptsache, ich laufe jetzt hier über so eine... Oh, schön. Explorer Node. Die bringt mir jetzt hier voll viel. Aber hier ist auch gerade eine Kiste gespawnt. Irgendwo. Wir wollen zu einer bestimmten... Aua. Wir wollen zu einer bestimmten Gegend. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wenn die Winchi mit hier im TS... äh, im Discord ist. Hahaha. Kannst du. Nö. Warum sollte ich? Komm schon, Dinotaming. Ja, es dauert... mal länger und mal kürzer. Irgendwie tut sich gerade gar nichts. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Server ist gerade nüch... so aktiv wie er sein sollte. Wir sind auf der Karte The Island. Wer es noch nicht erkannt hat. Ich habe kleinen Haufen, die Winchi irgendwie gar nichts. Nein, ich bin zerträglich gerade. Ich will das Vieh da haben. Das wird dich töten. Ja, ich merke das auch schon. Das kommt schon. Sehr krass in meine Richtung. Oh, verpiss dich. Oh, verpiss dich. Aha. Don't spectate it schon wieder. Ja. Soll er machen. Ich will Dinotame, Mann. Na. Bei mir spawnen schon wieder ein Lootcrate. Oh, die will ich jetzt nicht. Ja, Tech-Sachen gehen nicht. Blöd irgendwie, dass man so trotzdem drin hat. Ja. Bin auch gerade nur drauf gekommen wäre. Und tschüss. Texas Road. Ja. Ich bin auch gerade nur drauf gekommen. Was läuft hier? Ein Track. Ja, das frage ich mich auch gerade, Rippchen. Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja. Wenn wir vielleicht gleich eine Antwort drauf bekommen. Da ist es. Jawoll. Komm schon mal mit. Wo ist jetzt der andere hin? Also ihr könnt auch nur die anklämen, die sich nicht bewegen. Ja, ich bin gerade voll im Hektik hier. Ich merke das schon. Ich komme gerade voll durcheinander mit den Tasten. Ah, so ein Käse. Der einer, den ich anklämen könnte. Da komme ich natürlich nicht dran. Noch was in der Nähe? Ich weiß nicht, wie weit die Nähe immer geht. Ich auch nicht. Also gerade war ein Vieh relativ weit weg, meiner Meinung nach. Ich konnte es trotzdem. Also wie ihr seht, ich habe hier schon mal was Schönes. Was soll ich mit einer Angel? Weiß ich nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich vorhin bekommen habe. Guck mal kurz rein. Na hier, das kann weg. Ich habe eine, ich habe eine Säge. Was ist das? Scheiß Skorpion. Ja. Ich höre die hier irgendwo. Äh, ich will nichts sagen, aber der hat die Level hochgesetzt, ne? Wie, was für Level? Mein 1 ist 4 ist Level 120. Das sind normale Level. So, aber ich muss jetzt hier erstmal irgendwo gucken, ob ich auf mein Tier irgendwo drauf schreibe. Weil nach so einer Claiming-Dingsrums... Fängt man einen Sattel. Immer einen Sattel, genau. Und ich bleib gleich hier, weil ihr seht, da unten ist gleich das nächste Tier, was ich haben will. Und jetzt fliegt das mir wahrscheinlich gerade hinterher. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich bin. Redwood ist... Oh. Hinter uns. Also wieder zurück. Na gut, da ist der Redwood. So, jetzt hoffe ich, dass gleich wieder Claiming kommt. Wir sind in erster Linie die Level egal. Hauptsache, man kann 10 Dinos haben und man sollte versuchen, gleich das Ganze voll zu kriegen. Denn, umso mehr Dinos man hat, umso besser. Wie du letztens, mit deiner Karawane, ne? Ja, 10 Dinos. Ich hatte das, was geht. Ja, guck mal, ist auch tot. Oh. Oh. Ist ja heute schon ein sehr, sehr witziger Start. Oh, jetzt. Scheiße. Was denn? Gut, jetzt Scheiße haben wir nicht. Jetzt bitte Claiming. Oder auch nicht. Oh, der nächste ist tot. Also, ihr seht, das geht hier gerade Schlag auf Schlag. Entweder durch Dinos, andere... Wer denn? Ich hab grad nicht drauf geachtet. Irgendein Spieler, keine Ahne. Wurde vom Kanu gekillt. Och, Mann. Das ist doch kacke. Ihr dauernd mit den Viechern festhängst. Ich werd schon beschossen. Ich war ja auch nicht gerade unsichtbar. Ich hing da nämlich auch an echt ner blöden Stelle. Und dann würd's einfach mal hier sitzen. Na, kommt noch mal Taming? Oder gibt's kein Taming? Wär schön. Finde ich auch. Boah, das ist gerade richtig fies gewesen. Was? So ne Lootkiste. Unter Wasser. Ja, kannst du doch nehmen. Schönes Tier. So, ich warte jetzt gerade hier. Wo? So, ich warte jetzt gerade hier, weil... ... vor mir war. Oh, ich seh's jetzt gerade nicht mehr. Ja. Aber wir können auch einfach mal ein bisschen hier unten rum gucken, was hier noch so ist. Ja, wo ist denn diese Dino hin, den ich haben wollte. Da. Einfach mal hinterher. Komm schon, Taming. Aber auch heute irgendwie ewig. Und ich finde, es sind auch heute noch weniger Dinos als jetzt. Und diese Kuppel da oben wird immer und immer kleiner. Uh. Nicht auf mir aggro werden. Wo ist denn der jetzt hin? Claiming. 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 Hä? Wie hat der... Der wurde von jemanden angeclaimt. Versteh ich nicht. Ich glaube die Claim-Zeit haben wir jetzt gerade ver... Oder die habe ich verkackt. Ich muss mich jetzt immer hier kurz ausruhen. Äh, ich suche auch grad, wo der Strahl ist. Der Strahl ist da vorne. Und da werden sich jetzt die ganzen Teams nach und nach hinbegeben, weil... ...sieht sich ja auch gleich, glaub ich, ab in 4 Minuten oder so richtig eng zusammen, oder? So. Ich dachte grad, das Viech hätte mich... wollte mich killen, ne? Oder hat mich fast gekillt. Aber ich hab's gekriegt. Okay. So, 1, 2, 3... Wo sind die anderen? Ich hab das jetzt nur einen Dino. Da kommt noch einer. Weil ich... wenn ich was finde, hat's auf einmal jemand anderes. Ich hab jetzt deswegen den Standpunkt gewechselt. Gucken, ob wir hier hinten irgendwas finden. So. So. Das kann weg. Das nehm ich. Oh, das nehm ich auf jeden Fall. So. Okay. Alle da? Na? Ich hab doch, glaub ich, schon wieder jemanden verloren. Umso mehr hast, umso mehr du hast, umso eher verlierst du was. Ach, da kommts doch. Wir sind immer noch zehn Überlebende. Immer noch zehn zu viel. Ja. Oh. So. Dann wollen wir jetzt mal langsam... Oh, die Wand kommt sehr nah. Jetzt kommt endlich! Wir müssen echt hier rüber. Oh. Oh, jetzt wird das noch neblig, ey. Oh. Ich bin für die meisten Viecher einfach viel zu schnell. Oh. Ich seh schon, komm ich muss gleich laufen. Die kommen oder nicht? Ich bin viel zu nah am Rand. Nee, ich noch nicht. Ja, der eine ist doch schon, dem ist doch schon das Implantat explodiert. Ich kommt schnell genug aus der Zone raus. Ja, ich bin auch noch drin, aber... Uah, aber... Uah! Scheiße. Muss laufen. Egal, was mir jetzt folgt oder nicht. Das ist Nächste? Der Nächste? Ja, ich bin der Nächste. Ich komm gar nicht hinterher. So, wie ihr seht, hier drüben ist der Strahl. Ich war jetzt auch erst mal. Ein bisschen da hinten am warten. Los kämpfen! Mach den Nebel weg! Hm. Och nö, da hab ich jetzt gar keine Zeit für. Ihr seht ja, die Kuppel kommt echt schnell. Ja. Viel zu schnell. Nö, du hast vorher die ganzen 18 Minuten Zeit und ab 4 Minuten zieht die sich zusammen. Ja, aber wie schnell? Die ist mal mitten im Wasser oder sowas ist die. Ich seh nix. Das ist noch viel schlimmer. Ja, ich glaub die ist da, wo die letzte Woche auch war. Äh, mitten im Wasser ist die. Mhm. Wo ich renne schon wie ein Irrer. Ich wäre aber auch ein Scheiß. Ich hatte einen Paracere, ich hatte eine Schlange, ich hatte zwei Twikes, die sind jetzt alle irgendwo, weil ich nur noch rennen musste. Oh, natürlich bleibt mein Vogel jetzt sitzen. Ach, keine Zeit für so ne Kiste jetzt. Hä, beim letzten Mal war die hier. Wo ist'n die jetzt? Da hinten? Ich bin auch gleich tot. Tja. Ja. 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 Ja, mein Implantat kribbelt schon. Ja. Ja. Das war's. Oh, ich grad auch. Oh, das ging aber wirklich schnell. Ich war 20 Meter vor diesem Strahl. ich nur 4 scotty mich hoch oder eine player einer laut meiner anzeige wer ist denn schon alles tot wer bist du? der drescher du? wer liegt denn da? wer bist du? ok es scheint noch einiger wer bist du? hallo wir wissen wer du bist ja ich muss wieder sterben jetzt muss ich auch mal reden ich guck grad wer hier schon so alles tot ist wer bist du? ich fang satt an zu reden du quatsch die ganze zeit dazwischen du redest die meiste zeit wer ist das? hallo wer bist du? hey irgendeine pfeife dinoclaiming nur 3 mal jetzt in der runde gewesen also es ist ein bisschen wenig ne ich bin tot ah da ist auch der eine schon wieder also hat gewonnen so da müsste ich auf eins zu hoch kommen aber nee ja so ich werde druck reporten wir beenden die Folge an dieser Stelle und sagen bis zur nächsten Folge tschüss tschüss tschüss